Umstell, Ersatz, Wegglass und Erweiterungsprobe Smiller und Derry sind auf Spurensuche. Derry hat hinter einem Bild in seinem Bau die Schnipsel einer Schatzkarte gefunden, die die beiden jetzt mühsam zusammensetzen. Die Karte, die von niemand geringerem als Derrys berühmten Urahnen Dingelbert Dax stammt, hat es in sich. Welchen Hinweis ergeben die ersten Schnipsel? Am Morgen gehst du mit einem Fernglas zum Teich. Das klingt doch schon mal gut. Doch. Oh nein. Scheinbar können die Schnipsel auf mehrere Weisen zusammengesetzt und der Satz so umgestellt werden. Am Sinn des Satzes verändert sich zum Glück nichts. Smiller und Derry haben, ohne es zu wissen, die Umstellprobe angewandt, die manchmal auch Verschiebeprobe genannt wird. Sie ermöglicht es dir zu erkennen, welche Wörter oder Wortgruppen die Satzglieder eines Satzes bilden. Alle Wörter, die beim Umstellen zusammenbleiben, bilden ein Satzglied. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.